Ein Kunstwerk muss immer einem klaren Gedanken folgen. Und man nimmt sich selbst als eine dritte Person. Wenn Sie nicht wissen, was Sie erzählen wollen. Es sieht so aus, als würde es hier nicht weitergehen. Wenn Sie Ihren künstlerischen Weg ohne Ziel gehen, dann werden Sie sich verirren. Und Ihr Talent richtet Sie zugrunde. Alles Leben ist ein Losch. Ohne Theater geht es nicht. Aber keines Haft, ich habe alles verbrannt. Lebendige Person, es geht doch nicht darum, das Leben so zu zeigen, wie es ist oder wie es sein sollte, sondern so, wie wir es uns im Traum vorstellen. Das ist Idealismus. Der einzige alte Kuchen. Ich habe nie das geschehen. Verzeihung. Irina weint. In einem Theaterstück sollte unbedingt immer Liebe vorkommen, finde ich. Werden wir diese Liebe aus dem Herzen reißen, endgültig. Hier geht es um schlechten Charakter. Aber mich zieht es hierher zum See. Meinen Triumphwagen zu ziehen. Als wäre ich eine Möwen. Ich denke nur an sie.